Ja, heute reden wir mal über Rechnernetze. Also ich hatte ja erzählt, in diesem Modul werden wir mal über verschiedene Themen reden. Ja, und wir machen jetzt mal einen ganz harten Cut. Zum einen waren wir jetzt bei Prozessoren und jetzt gehen wir zu Rechnernetze über. Das ist vielleicht auch wieder etwas, dass sie vielleicht etwas näher für Sie interessant ist, weil das können Sie dann auch direkt nach der Vorlesung da mal schauen, wie sind denn so die Rechner in Ihrem Heimnetzwerk zum Beispiel miteinander verbunden. Zum Beispiel, welche IP-Adressen haben die. Und das werden Sie nach dieser Veranstaltung also können. So, erstmal wieder ein paar Begriffsdefinitionen. Erstmal das Stichwort Kommunikation. Also Kommunikation ist ja der Austausch von Informationen und der erfolgt auf verschiedene Arten. Zum Beispiel zwischenmenschlich, Mensch-Maschine, zum Beispiel beim Shopping im Internet. Das sieht sich nur eine Website an. Dann ist das ja Mensch-Maschine-Interaktion. Oder zwischen zwei Maschinen, zum Beispiel für eine Kartenzahlung. Dann ist ja Karte jetzt auf der einen Seite und der Kartenleser auf der anderen Seite. Ja, und weiterhin für Kommunikation. Bei Kommunikation gibt es eine Informationsübertragung. Und das ist natürlich wieder vom Kommunikationsmedium abhängig. Zum Beispiel kann das Sprach- oder Audiokommunikation sein. Also sie ist dann natürlich vor Ort oder übers Telefon. Datenkommunikation, wie gerade beim Internetshopping. Textkommunikation, da wird ja Text übertragen, also ASCII oder Unicode. Oder Bildkommunikation, da werden ja Binärdaten übertragen. Wie Bild- und Audiodateien aussehen, haben wir ja im Praktikum besprochen. Und natürlich, je nachdem, wo halt diese Kommunikation stattfindet, kann man es in verschiedene Arten von Netzwerken unterteilen. Und das ist meist nach Funktion und Organisationseinheit. Zum Beispiel ein privates Heimnetz oder das einer Firma, das sogenannte Intranet, ist meist das LAN, das Local Area Network. Dann, wenn Sie so ein größeres Netzwerk haben, zum Beispiel mehrere LANs, die mit einer sogenannten Backbone verbunden sind, das ist ein Internetknoten, wo sich die ganzen Leitungen treffen, ist das ein Metropolitan Area Network. Der Begriff ist recht wenig geläufig, also den nutzt man eigentlich nie. Und dann gibt es noch das WAN, das ist das Wide Area Network. Das ist meist so etwas, was sich über mehrere tausend Kilometer oder mehrere Kontinente erstreckt, zum Beispiel das Internet. Sie haben ja in Ihrem Router vielleicht schon mal den WAN-Port entdeckt. Dort kommt ja das Kabel rein mit der Internetverbindung nach draußen. Und dann gibt es noch einen weiteren unübersichtlichen Begriff, das ist GAN, das ist Global Area Network, das verbindet mehrere WANs. Das wäre zum Beispiel, angenommen, Sie hätten irgendwie auf dem Mond Internet und die Erde hat ja auch Internet und Sie haben eine Netzwerkverbindung dazwischen, dann hätten Sie halt zwei WAN-Verbindungen, das wäre ein Global Area Network. Mal so als abstraktes Beispiel. Ja, was ist der Unterschied zwischen MAN und WAN? Ja, das ist so Definitionssache, wie gesagt. Das ist halt ungeläufig, also ich meine, Metropolitan Area Network habe ich glaube, außer beim Vorbereiten, das ist ja vorher noch nie gehört. Eigentlich sagt man immer direkt Wide Area Network, ich würde sagen, der Übergang ist fließend. Genau, zum Beispiel von der FTTH-Dose oder in den Router, in den WAN-Port, sonst funktioniert es nicht. Wir haben im Router meist so vier LAN-Ports und einen anders gefärbten WAN-Port, das ist direkt beschriftet. Ja, und diese ganze Kommunikation, da haben wir jetzt ja den Fall, die muss zwischen verschiedenen Geräten problemlos erfolgen, deswegen ist das standardisiert. Und die Standardisierung erfolgt im sogenannten OSI-Modell und das OSI-Modell definiert genau, wie diese Kommunikation abzulaufen hat, damit halt Geräte von verschiedenen Herstellern problemlos miteinander interagieren können. Das heißt, dass zum Beispiel ein Windows-Gerät mit einem Android-Gerät kommunizieren kann und so weiter. Deswegen gibt es halt einen Standard, den alle Geräte befolgen müssen, damit das klappt. Das OSI-Modell besteht aus sieben Schichten und die werden wir jetzt so in den nächsten zwei Vorlesungen so auseinandernehmen. Heute kümmern wir uns so um die Schichten 1 bis 4 und wenn wir es noch schaffen, Schicht 7 und 5 und 6 machen wir dann nächste Woche. Erstmal, das ist eine ISO-Standardisierung für Netzwerkkommunikation, wie schon gesagt. Und es gibt so zwei Unterteilungen, sie haben die ersten vier Schichten, das sind die Transportschichten. Das werden also so, das sind so für die Byte-Übertragung auf dem Kabel oder Funk. Und 5 bis 7 ist so die Anwendungsschicht, das ist also so Programme, die dann diese Daten verarbeiten. Ich fasse jetzt erstmal die einzelnen sieben Schichten kurz zusammen und danach gehe ich im Detail auf die ein. Die erste Schicht ist die Byte-Übertragungsschicht, auch Physical Layer auf Englisch. Und das sind halt so mechanische Komponenten, also so Stecker für die Kabelverbindung und natürlich so Signale, Spannung und so weiter. Also das ist so für diese ganzen Kabel, Funk und so weiter, ist Schicht 1. Also das ist das Übertragungsmedium, kann man sagen. Schicht 2 ist die Sicherungsschicht oder der Data Link Layer. Data Link Layer ist für die Zugriffskontrolle, also die stecken irgendwie ein Gerät an. Und dann wird geprüft, darf dieses Gerät im Netzwerk agieren. Sie haben vielleicht schon mal probiert, an so eine Ladendose hier in der Hochschule ihr Laptop anzustecken. Das funktioniert ja nicht, das liegt daran, dass ihr Gerät nicht für das Netzwerk hier freigeschalten ist. Das ist so ein Teil der Sicherungsschicht. Dann ist die Schicht 2 noch für die Flusskontrolle, das heißt man muss mit den Geräten absprechen, wer jetzt senden darf und wer empfängt, damit die sich nicht gegenseitig behindern. Und zudem gibt es hier auch die Struktur vor, wie die Daten auszusehen haben, damit die verarbeitet werden können. Ist das wie bei diesem Bitmap-Header zum Beispiel, es muss halt eine konkrete Byte-Position, hat eine bestimmte Bedeutung. Und die komplette Adressierung erfolgt über eine MAC-Adresse. Das erkläre ich noch später, den Begriff. Schicht 3 ist die Vermittlungsschicht, die stellt sicher, dass ein Paket, was jemand sendet, beim richtigen Empfänger ankommt. Nennt sich Routing in der Fachsprache. Ja und der Transport-Layer sorgt halt noch dafür, dass das generell alles so technisch funktioniert. Also da sind so Informationen drin, wie, ja was ist so der Typ der Nachricht, die dort gesendet wird. Und teilweise wird es auch fragmentiert, nennt sich das. Wenn die Nachricht zu groß ist, um sie zu übertragen, wird die mehrere Pakete unterteilt und so weiter. Dafür ist die Transportschicht zuständig. Ja, Schicht 5 und 6 lassen sich nicht wirklich sinnvoll trennen. Die besprechen wir in der kommenden Vorlesung. Da reden wir über Kompression und Verschlüsselung. Und Datenstrukturen, Zeichenkodierung hatten wir schon in Vorsung 3. Das machen wir dann also nächste Woche. Und die siebte Schicht schaffen wir heute vielleicht noch, das ist die Anwendungsschnittstelle. Da reden wir mal über Protokolle, zum Beispiel wie ist eine Website aufgebaut und wie werden E-Mails abgerufen. Und dann schneiden wir auch mal den Netzwerkverkehr mit und werten den aus. Und manchmal ist man noch von einer Schicht 8, die ist nicht Teil des OSI-Modells. Es gibt so die Rede, wenn man irgendwie so, es ist ein LEA 8-Problem. LEA 8-Problem heißt, das Problem sitzt vor dem Bildschirm. Und das Schichtmodell hat so ein Problem. Es ist teilweise nicht sinnvoll trennbar. Zum Beispiel Flusskontrolle und Routing sind meist über die gleiche Technik irgendwie realisiert. Und 5 bis 7 ist halt Software, deswegen wird es auch meist zusammengefasst. Also das Modell ist in der Theorie sinnvoll, aber in der Praxis verschmelzen halt die Schichten einfach, weil es uns unpraktikabel gewesen wäre. Ja, und jetzt nehme ich das mal alles auseinander. Erstmal Schicht 1, die Bit-Übertragungsschicht. Also übertragen werden die Dateneinheit, die übertragen wird, ist Bits. Und alle Übertragungsmedien, zum Beispiel Funk oder Kabel, gehören zur Schicht 1. Und die Einheit ist Bit pro Sekunde. Also nicht in Byte, hier nutzt man Bit pro Sekunde. Sie wissen ja noch, 8 Bits in 1 Byte. Aber beim Bit müssen Sie aufpassen, die Umrechnung von Bit zu Kilobit und Megabit und so weiter ist wiederum 1000. Das ist also keine binäre Umrechnung. Also 1 Kilobit sind 1000 Bit, 1 Megabit sind 1000 Kilobit und so weiter. Da müssen Sie also aufpassen, bei Bit ist die Umrechnung 1000 und bei Byte ist die Umrechnung 1024. Ist halt so. Und alle Übertragungswerte werden in Bit angegeben. Ihre Internetverbindung wird ja auch so angegeben in so 16.000er Leitung zum Beispiel, sind dann halt 16.000 Kilobit. Und hier sind mal verschiedene Arten von physischen Verbindungen dargestellt. Also man kann natürlich unterteilen zwischen Funk, Kabel und optischer Verbindung. Funk gibt es ja auf verschiedene Arten. Es gibt ja auch so Satelliteninternet, ist halt die absolute Notlösung, wenn man kein anderes Internet hat. Oder halt terrestrischer Funk, zum Beispiel Mobilfunk. Dann bei Kabel kann man unterscheiden, zum Beispiel zwischen Kupferkabeln und Glasfaserkabeln. Bei Kupfer gibt es dann wieder verschiedene Arten von Kupferkabeln, zum Beispiel Twisted Pair und Koaxial. Da zeige ich Ihnen noch ein paar Bilder, wenn Sie das noch nie gehört haben. Und dann gibt es natürlich noch optische Sachen, zum Beispiel Infrarot oder Laser. Das heißt, man kann ja auch... Ah ja, und hier erwähnt gerade, es gibt noch einen April-Scherz, der ist auch standardisiert. Es gibt noch ein Protokoll, das ist die Datenübertragung über Avian Carriers. Das ist Übertragung über Tauben. Also einen USB-Stick an eine Taube reinbinden, die Taube fliegt irgendwo hin und dann ist ja auch eine Datenübertragung. Hat da jetzt sehr schlechte Latenz, aber Sie können sehr viele Daten... Ah, die Datenmenge, die Sie übertragen, skaliert mit der Größe des USB-Sticks. Manchmal ist es halt echt praktikabler, einfach eine Festplatte in ein Auto zu tun und damit irgendwo hinzufahren, vielleicht über das Internet zu schicken. Je nachdem, was gerade schneller ist. Ja, und was gibt es denn so für Arten von kabelgebundenen Netzen? Das ist Twisted Pair, das sind in der Regel zwei oder vier Adernpaare. Die Adern sind verdrillt, das sorgt dafür, dass die Signalqualität besser wird. Ja, der Stecker ist sogenanntes RJ45 für Netzwerke oder RJ11 für die Telefonbuchse. RJ45 haben Sie vermutlich schon mal gesehen. Wenn Ihr Rechner über ein LAN-Kabel angeschlossen wird, das sind genau diese Kabel. Ist Kupfer und die Übertragung ist standardisiert bis 10 Gigabit pro Sekunde auf 100 Metern, wenn Sie ein Kabel vom Typ Cat7 haben. Das ist standardisiert, das heißt aber nicht, dass Sie nicht auch größere Distanzen damit überbrücken können. Also er ist standard, garantiert halt 100 Meter, aber vermutlich gehen auch noch 130 Meter, je nach Kabel. Ist halt mehr dann für Firmen immer diese Standardisierung, dass es halt eine Garantie gibt. So, hier ist mal ein Netzwerkkabel. Cat5 ist so das billigste Kabel, was man finden kann in der Regelgraden der Hausverkabelung. Wenn Sie neue Kabel verlegen, verlegen Sie mindestens ein Cat7-Kabel. Das ist dann auch für die nächsten Jahre sinnvoll. Das hier rechts ist ein RJ45-Anschluss. RJ45-Anschluss heißt, ja, also dort kommt natürlich dieses Kabel rein. Und diesen Anschluss haben Sie quasi überall an allen Rechnern. Das liegt einfach daran, es wäre natürlich total teuer jetzt, wenn man den Anschluss austauschen würde, müsste die komplette Verkabelungstechnik in allen Gebäuden und so weiter ausgetauscht werden. Und das sorgt natürlich dafür, dass es viel zu aufwendig wäre. Deswegen ist es halt einer der Stecker, der uns noch am längsten bis jetzt erhalten blieb. Einfach halt, weil es unpraktikabel wäre, diesen Anschluss auszutauschen. Und neben R45 gibt es natürlich auch noch Koaxialkabel. Die sehen so hier aus. Und die nutzen wir heute eher weniger für Internet, sondern eher als Antennenkabel fürs Kabelfernsehen. Aber darüber geht natürlich auch Internet. Der aktuelle Standard dafür ist DOCSIS 3.1. Ich denke zuerst mal, dass das der aktuellste Standard ist. Der hat 10 Gigabit pro Sekunde. Das ist halt fürs Kabelinternet. Wenn man halt kein normales DSL- oder Glasfaser bekommt, bucht man ja meist das. Und die dritte Art von Kabeln ist natürlich Lichtwellenleiter, also Glasfaser. Glasfaser ist also das, ja, das beste von den drei Kabeln kann man sagen. Also mit Glasfaser geht die höchste Übertragungsrate und auch über die größte Distanz. Das nutzt hier Licht und in Eigenschaften in Sicht Totalreflexion. Und diesmal ist das Glas oder Quarz. Und die sind komplett störungsunempfindlich, weil es gibt keine elektromagnetische Strahlung. Das bedeutet, sie haben, also wenn sie mehrere Glasfaserkabel nebeneinander haben, die stören sich nicht gegenseitig. Bei Kupfern könnte es sein, dass sich die Kabel gegenseitig stören und die Übertragung negativ beeinträchtigen. Ja, und die Übertragungsraten, die ich gefunden hatte, sind 40 Gigabit pro Sekunde auf 50 Kilometern und 100 Gigabit pro Sekunde auf 100 Metern. Aber ich glaube, ich habe schon mal gelesen, dass man auch schon mal ein paar Terabit pro Sekunde übertragen hat. Na ja, danke an Piraten-Lama fürs Erklären, was die zwei LEDs bedeuten. Habe ich auch was dazu gelernt. Das eine steht anscheinend für Datenübertragung und das andere für PoE. PoE ist Power over Ethernet, also Stromversorgung übers Netzwerkkabel. Das können manche Router halt Strom über Kabel liefern, haben sie manche Geräte, die können halt Strom über Netzwerkkabel annehmen. Das machen zum Beispiel die Telefone hier, die steckt man ans LAN-Kabel an, die gehen sofort an. Und die Übertragungsraten bei Geschwindigkeiten, die es so gibt, gibt es halt verschiedene Standards. Das ist standardisiert in IEEE 802.3. Also IEEE ist so das Konsortium, was es standardisiert. Diese ganzen Netzwerksachen sind immer irgendwas mit IEEE und dann irgendein 802 irgendwas. Das ist einfach die Nummer des Standards. Und dann gibt es halt verschiedene Verfahren, zum Beispiel 10Base-T, das ist 10 Mbit pro Sekunde über CAD3. 10Base-TX ist 100 Mbit. 1000Base-T, Gigabit ist so das Übliche, was man in der Verkabelung heutzutage hat, zumindest im Heimbereich. Und dann gibt es noch 10G-Base-T, das sind 10 Gigabit pro Sekunde, ist standardisiert für CAD6A-Kabel zum Beispiel. Und die Geschwindigkeit wird in der Regel automatisch zwischen den Endgeräten ausgehandelt. Ein Problem mit diesem ganzen 10 Gigabit-Ethernet ist, das braucht recht schnelle Prozessoren und auch die Erweiterungskarten. Die Router sind teuer, die Erweiterungskarten sind teuer, das frisst Haufenstrom und so weiter. Man hat jetzt halt irgendwie gemerkt, 1 Gigabit pro Sekunde ist etwas langsam, weil mittlerweile selbst WLAN teilweise schneller. Auf kurze Distanzen. Deswegen hat man 2016 zwei neue Verfahren standardisiert. Das ist 2,5 GBase-T, also das macht 2,5 Gigabit pro Sekunde über CAD5E. Das ist so. Und dann noch 5 GBase-T, das ist 5 Gigabit pro Sekunde über CAD6. Und natürlich gilt wieder, Sie können auch über minderwertigere Kabel höhere Bandbreiten machen. Es gibt halt nur keine Garantie, dass es funktioniert. Also auf 50 Metern geht 5 Gigabit meist auch mit einem 5E-Kabel, obwohl es ja Standard nicht vorsieht. Das E steht, glaube ich, für X2 oder X10. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung von CAD5. Also das ist der kabelgebundene Teil. Und natürlich gibt es dann noch zahlreiche Funknetze. Die werde ich nicht so ausufernd erklären, aber ich möchte mal kurz alle erwähnen. Das erste Mal, in der Regel ist das hier, im Unterschied zum Kabel, haben Sie so elektromagnetische Wellen. Und die werden durch Hindernisse immer abgeschwächt. Und natürlich gibt es noch andere Störquellen. Sie haben halt so Sachen, die funken einfach auf dem gleichen Frequenzband, zum Beispiel WLAN und Bluetooth. Punkt beides auf 2,4 GHz, stört sich also gegenseitig. Wobei es jetzt auch schon 5 GHz WLAN gibt, das ist dann wieder ein anderes Thema. 5 GHz kommt dann halt wieder schlechter durch Wände durch, hat also schlechtere Reichweite. Ja, und meine Empfehlung ist, wenn möglich, nehmen Sie ein Kabel. Ein Kabel ist Funk, eigentlich immer überlegen. Habe ich ja auch hier gemacht, ich hatte ja immer Abbrüche in Zoom in den Praktika, und habe ja nicht mal ein Kabel angeschlossen, da waren diese ständigen Verbindungsabbrüche weg. Weil wenn Sie halt sehr viele Funkquellen haben, ich meine in Städten und hier an der Hochschule, haben Sie halt hunderte Funkgeräte, WLAN-Funker mit Smartphones und so weiter. Die stören halt alle das Signal. Das ist halt besser, wenn man einfach das Kabel anschließt, da ist die Störquelle weg. Den Luxus hat man natürlich nicht in einem Miethaus, aber man kann ja nicht irgendwie dann durch drei Wände bohren, nur um den Router irgendwie an den Computer anzuschließen. Den verbreiteten Funkstandard, den Sie vermutlich kennen, ist WLAN. Das nennt sich Wireless Local Area Network. Ist ein lokales Funknetz, hat also nur eine geringe Reichweite, im Idealfall so 50 Meter vielleicht, aber die reicht man eigentlich nie. Meinen Sie hier dieses Powerline über die Steckdose? Ah ja, genau. Powerline gibt es auch noch, das ist halt Internet über so Steckdose. Das ist in Miethäusern aber teilweise auch problematisch, weil teilweise sind irgendwie die Mietwohnungen nicht so aufgezogen, wie halt die Sicherung und die Stromkabel verlegt sind. Das heißt, teilweise könnte es sein, dass dieses Steckdosenland, also D-Land scheint da der Fachbegriff für zu sein, halt gestört wird und teilweise auch andere Leute halt, und sie dann teilweise dann nicht damit sinnvoll kommunizieren können, einfach weil halt andere Mietnachbarn irgendwie das Signal stören oder so. Das funktioniert auch nicht immer, aber stimmt, das ist auf jeden Fall eine bessere Lösung als WLAN. Ja, bei WLAN gibt es so zwei Kommunikationsmodi, zum einen Ad-Hoc, das heißt, da wird direkt zwischen Geräten eine Verbindung aufgebaut, das macht man selten. Typisch ist dann Infra-, also es gibt zwei Arten Ad-Hoc, wie gesagt, direkte Kommunikation zwischen Geräten und Infrastruktur. Infrastruktur heißt, sie haben einen Access-Point wie einen WLAN-Router, und diese Access-Point sehen sogenannte Leuchtfeuer aus, auf Englisch Spiekens, die den Netzwerknamen enthalten. Das ist so eine kurze Beitfolge, die regelmäßig ausgestrahlt wird, und das ist halt immer das, was auch ihr Ad-Volt-Gerät zum Beispiel anzeigt, wenn sie sich auf WLANs verbinden wollen. Der Standard ist wieder so ein IEEE-Standard, sie haben zum Beispiel 802.11 spezifiziert WLAN, und es gibt so zwei Frequenzbereiche, einmal 2,4 GHz, das ist seit 97, und 5,15 GHz, das ist seit 99. Und 5 GHz ist schneller, ist theoretisch bis zu 1,3 Gigabit pro Sekunde, ich glaube, es geht mittlerweile sogar noch mehr. Wird aber sehr stark von Wänden gedämpft, also meist 5 GHz ist nach zwei Wänden, kommt natürlich auch nach der Wand, was in der Wand drin ist. In der Regel nach zwei Wänden ist 5 GHz tot, manchmal sogar schon nach einer Wand. Dafür ist aber der Frequenzbereich leerer. So, und bei 2,4 GHz gibt es 13 Kanäle, zumindest in Europa. Welche Kanäle es gibt, ist so vom Kontinent abhängig, da gibt es halt verschiedene Frequenzbereiche, die da zugelassen sind. Ein Problem ist, 2,4 GHz ist in Städten komplett gnadenlos überfüllt, und es gibt zwar 13 Kanäle zur Auswahl, aber eigentlich sind nur vier davon überlappungsfrei, das heißt, Sie können eigentlich nur diese vier einstellen, sonst verschwenden, sonst funktioniert das halt nicht richtig. Die empfohlenen Kanäle sind 1, 5, 9 und 13, oder wenn Sie in doppelter Kanalbreite senden, gibt es nur zwei Kanäle, 3 und 11. Wenn Sie auf irgendwelchen anderen Kanälen sind, dann stören Sie halt, also wenn jemand irgendwie auf Kanal 2 funkt, dann stört ja die Leute, die auf Kanal 1 und 5 funken. Sie können ja einfach mal, es gibt da so Apps, da kann man halt einfach mal anzeigen lassen, auf welchen Kanälen die ganzen Router funken, da werden Sie sehen, die funken alle auf den absurdesten Kanälen, aber nicht auf den empfohlenen Vieren. So, und natürlich, Bluetooth stört zum Beispiel 2,4 GHz, irgendwie, ich habe gesehen, Babyfone anscheinend auch, weil die ja eher so auf diesen Amateurfunkfrequenzen funken. Mikrowellen können die Übertragung stören. Äh, genau, der Kanal ist der Frequenzbereich in diesem 2,4 GHz Bereich. Sie hat immer einen, äh, ja, so einen Abstand von so ein paar Megahertz und die überlappen sich halt gegenseitig. Die kann man halt einstellen und die kann man auch automatisch aushandeln lassen vom Router. Der Start ist Automatik, die Fritzbox hat das zum Beispiel, die tut dann automatisch den besten Kanal auswählen und scannt auch permanent nach anderen Geräten, wer da noch so funkt und passt dann den Kanal automatisch an. Und besser, wenn Sie eine kleine Wohnung haben, machen Sie einfach 5 GHz, dort ist der Bereich. Äh, sonst sind relativ viele Kanäle noch frei. Vor allem, die höheren Kanäle sind meist frei. Das Problem, die höheren Kanälen ist aber, die sind irgendwie auch noch reserviert für sowas wie irgendeine Art Notrufpunkt oder sowas. Das heißt, wenn da irgendjemand anderes sendet, muss teilweise dann der Router kurz Übertragung unterbrechen, um dann das priorisierte Signal durchzulassen. Aber in der Regel ist 5 GHz deutlich frei. 5 GHz, 2,4 GHz. Und so ein Problem an Funk ist hier, das kann jeder mitlesen. Ich weiß nicht, wer da so Amateurfunk macht, das ist ja einfach so unverschlüsselte Funkübertragung, das kann man ja einfach mithören. Und WLAN, da werden ja Daten übertragen, auch so Daten, die man vielleicht nicht unbedingt, ja, möchte, dass jemand anderes sieht. Deswegen, damit die nicht jeder mitlesen kann, gibt es Verschlüsselungsverfahren. Verschlüsselungsverfahren sorgen also dafür, dass nur noch der, die Daten entschlüsseln kann, mit denen sie auch bestimmt sind. Und da gibt es halt verschiedene Verfahren. Der Klassiker ist WEP. Und dann gibt es noch WPA, WPA2 und seit wenigen Jahren WPA3. Und ihr Router zu Hause sind vermutlich WPA2. Also WEP ist wirklich komplett unsicher, das ist gebrochen. Das Schlüssel, den kann man in wenigen Sekunden berechnen. Also das heißt, sie fangen ein bisschen Übertragung zwischen dem Router ab, der WEP macht, oder sie generieren Fake-Übertragungen zu dem Router. Und nach wenigen Sekunden haben sie so viele Daten, dass sie den Schlüssel berechnen können. So, WPA hat, nutzt die gleichen unsicheren Verfahren wie WEP, aber aufgrund irgendeiner anderen Designentscheidung ist es noch nicht gebrochen, aber man soll es trotzdem nicht mehr einsetzen. Also gebrochen bedeutet, dass ein Verschlüsselungsverfahren halt mit genug Informationen entschlüsselt werden kann. Das geht dann als gebrochen. Das ist dann ein Verfahren, was man nicht mehr verwenden soll. So, WPA2 ist so der aktuelle technische Standard. Das ist mit ausreichend langen Passwort ziemlich sicher. Ich meine, Sie müssen das Passwort hier nicht oft eingeben. Nehmen Sie einfach 63-Zeichen-Passwort. Das ist die Maximallänge. Und das nutze ich zum Beispiel. Ist halt nervig, wenn Sie so einen Fernseher haben, der keine Tastatur hat. Da tippt man sich einen Wolf natürlich. Muss dann zurück nur einmal machen. Aber an Geräten mit Tastatur oder wo Sie Kopien einfügen können, geht das natürlich mit 63-Zeichen. Ja, und WPA3 hat noch kaum Verbreitung. Das können die meisten Endgeräte gar nicht. Und auch die meisten Router nicht. Das ist halt das modernste Verfahren, was halt ein paar Probleme in WPA2 behebt. Aber WPA2 ist dennoch momentan noch sicher. Ja, und neben WLAN gibt es natürlich noch Mobilfunk. Das ist ja der andere Bereich. Dort haben Sie halt ein Endgerät, zum Beispiel Ihr Smartphone. Das verbindet sich ja über Funk mit einer Basisstation. Und der Funk hat meist mehrere Kilometer Reichweite. Und die Basisstation ist meist im Netz eines Internetproviders. Und von dieser Basisstation aus geht es dann normalerweise mit Glasfaser weiter. Und Sie können auch zwischen Basisstationen wechseln. Das nennt sich Handover. Also wenn Sie zum Beispiel im Auto fahren und als Beifahrer auf Ihrem Handy irgendwas, ein Video anschauen, da wird ja häufiger mal dann die Basisstation gewechselt. Das müsste eigentlich, in der Praxis funktioniert das. Also mit Funkmasten meine ich jetzt eigentlich Mobilfunkmasten. Das heißt, wenn Sie halt aus dem Bereich von einer Basisstation, das ist halt so ein Mobilfunkmast, herauskommen, dann gibt es ein Handover zum nächsten. Das heißt, Ihre Daten werden dann zu dieser Station umgeleitet und kommen weiterhin bei Ihrem Telefon an. Da gibt es verschiedene Standards. Der Standard für Sprache und SMS ist GSM. Ist von 91. Dann gibt es UMTS. Das ist mittlerweile in vielen Ländern abgeschalten. Deutschland hat es vor wenigen Monaten abgeschalten. Das heißt, zum Beispiel mein altes Handy, was ich noch nutze, kann nur GSM und UMTS. Das heißt, also ich habe das eh nur zum Telefonieren genutzt. Das funktioniert noch. Und ich hoffe mal, GSM schaltet nicht so schnell ab, weil so viel Technik nutzt GSM. Da ist es sich halt so unwahrscheinlich, dass es so schnell abgeschalten wird. Warum hat man UMTS abgeschalten? Damit man Frequenzen frei bekommt, die man dann wieder vergeben kann. So, LTE ist so der aktuelle Standard. Und 5G ist auch prinzipiell LTE, aber es nutzt höhere Frequenzen im 6 GHz Bereich. Das heißt, es hat eine stark reduzierte Reichweite. Das heißt, Sie brauchen viel, viel, viel mehr Basisstationen. Sie teilen sich natürlich mit allem die Bandbreite. Das heißt, wenn die Funkzelle ausgelastet ist, wird es natürlich für jeden langsamer. Also diese 10 Gigabit pro Sekunde sind halt in der Theorie, wenn niemand anderes die Basisstation nutzt. Ja, also soviel erstmal zu Übertragungsmedien. Jetzt kommen wir mal zu dem internen Aufbau. Das ist so Schicht 2, erstmal die Sicherungsschicht. Sie müssen ja sicherstellen, dass die Übertragung sauber funktioniert. Und da gibt es zum Beispiel so Kollisionserkennung. Man kann zum Beispiel übertragen in Halbduplex und Vollduplex. Halbduplex heißt, dass man, man kann in beide Richtungen übertragen, aber man kann nicht gleichzeitig senden und empfangen. Und Vollduplex heißt halt, man kann gleichzeitig senden und empfangen. Das heißt, das müssen halt die Geräte aushalten, damit es keine Kollisionen gibt und die Übertragung funktioniert. Also Schicht 2 ist auf jeden Fall prüfungsrelevant, Schicht 1 nicht, weil das sind ja Sternchen. Sie wissen ja noch, Sternchen da, nicht prüfungsrelevant. Kein Sternchen könnte in der Prüfung drankommen. So in Übertragung erfolgt ein Ethernet-Frames, laut Standard. Die können maximal 1518 Byte groß sein. Davon sind 18 Byte reserviert für Header und Trailer. Das sind so die Bytes am Anfang und die Bytes am Ende. Das sind halt 18 Byte so reserviert. Das heißt, sie haben 1500 Byte pro Frame. Also das ist ein Datenpaket. Platz für Daten. Und falls mehr als diese 1518 Byte überschritten werden, gibt es halt eine Fragmentierung. Das heißt, es wird mehrere Einzelpakete aufgeteilt. Und hier muss man auf die Byte-Reihenfolge achten. Ich hatte ja jetzt sonst eigentlich immer alles Little Endian. Aber für Netzwerke hat man sich auf Big Endian geeinigt. Das liegt einfach daran, dass früher, als das erfunden wurde, die meisten Server Big Endian-Systeme waren. Deswegen hat man sich dann auf Big Endian geeinigt. Das ist also einer der wenigen Fälle, wo die Byte-Reihenfolge Big Endian ist, anstatt Little Endian. Hier ist mal der Aufbau eines Ethernet-Frames. Den müssen Sie natürlich nicht auswendig können. Also hier ist auch mal unterteilt in so vier Schichten. Das heißt, hier hat man so vier Schichten. Wir sind ja gerade in Schicht 2. Und hier unten Oktets sind hier immer... Also ein Oktet ist ein Byte. Sie sehen also, für Schicht 1 gibt es so 8 Byte, die den Frame Start kennzeichnen. Die müssen halt da sein, damit das Paket richtig zugeordnet werden kann. Und dann ab Schicht 2 haben Sie so Sachen wie... MAC-Adresse, komme ich gleich drauf. So einen optionellen Tag hier für virtuelle LANs. Ignorieren wir mal. Dann EtherType, dann Nutzlast und Frame Check Sequence erkläre ich gleich noch. Und das ist dieser Trailer. So, und dieser Ethernet-Frame, das ist halt jetzt so ein Paket, was durchs Netz geschickt wird. Das ist halt eine Byte-Folge. Also es wird auf Schicht 1 übertragen, zum Beispiel auf ein Kabel, und enthält bestimmte Byte-Werte. Jetzt erkläre ich mal, was diese verschiedenen Byte-Werte bedeuten. Und das erste ist ja MAC-Adresse von Empfänger und Absender. Was ist denn diese MAC-Adresse? Also die MAC-Adresse gibt an, wer der Absender ist und wer der Empfänger ist. Diese MAC-Adresse wird weltweit, also in der Theorie wird die weltweit eindeutig vergeben, aber in der Praxis muss die nur im LAN eindeutig sein, also in ihrem lokalen Netz. Wenn Sie aber zwei Geräte mit der gleichen MAC-Adresse im LAN haben, gibt es halt nur Probleme. Aber wenn der Hersteller sauber gearbeitet hat, gibt es keine Kollision zwischen den MAC-Adressen. So eine MAC-Adresse hat eine Länge von 48 Bit. Die oberen 24 Bit sind eine feste Nummer, die sind für den Hersteller reserviert. Das heißt, alle Geräte vom gleichen Hersteller, also er hat natürlich mehrere Bereiche, haben die gleichen 24 Bit. Und die unteren 24 Bit sind die interne Adresse. Also die untere Adresse ist die interne laufende Nummer des Geräts. Die wird halt meist eindeutig dann vom Hersteller vergeben, wenn er es ordentlich gemacht hat. Daher die Frage ist, doch, die MAC-Adressen kann man ändern. Zumindest unter Linux ist das kein Problem. Unter Windows, da sträubt sich irgendwie der Treiber meist, wenn man nicht mit bestimmten Bitfolgen anfängt. Ah ja, die MAC-Adresse lässt sich eigentlich ändern. Das nennt sich dann in der Regel MAC-Spoofing. Also das Ausgeben an der MAC-Adresse, die man eigentlich nicht hat. So, das nächste Feld ist der Ether-Type. Der gibt an, was für ein Protokoll auf Schicht 3 gesprochen wird. Zum Beispiel IPv4 oder WakeOnline. WakeOnline ist ein Paket, um Geräte übers Netzwerk aufzuwecken. Oder IPv6. Was das ist, sprechen wir, wenn wir Schicht 3 erreicht haben. Genau, 9a5f.de ist die Herstelleradresse. Wenn man das mal nachguckt, das kann man ja eigentlich auch ausfinden. Also dieser Bereich hier von 0 bis FFFFF natürlich, gehört Microsoft zum Beispiel. Ja, wie gesagt, Protokoll, kommen wir gleich drauf, Schicht 3. Dann gibt es diese Nutzlast. Wie die genutzt wird, ist von der Schicht abhängig. Machen wir auch noch später. Und am Ende ist noch diese Frame-Check-Sequenz. Die Frame-Check-Sequenz ist eine sogenannte Prüfsumme. Die dient zur Fehlererkennung. Also damit stellt man sicher, dass das Paket korrekt angekommen ist. Die erlaubt aber in der Regel keine Fehlerkorrektur. Das heißt nur, man kann nachweisen, dass das Paket fehlerhaft ist. Man kann es nochmal neu anfordern. Die Prüfsumme bei so einem Ethernet-Paket ist 32 Bit lang. Da gibt es eine standardisierte Formel, um das zu berechnen. Ja, und ein geändertes Bit ändert halt. Und das Ziel ist, dass ein geändertes Bit die Prüfsumme signifikant ändert, damit man es halt sofort sieht. Mal ein stumpfes Beispiel. Sie haben drei Byte übertragen. Und die Prüfsumme ist einfach das Produkt dieser Bytes. Also einfach 3 mal 6 mal A Hex. Und das ergibt dann B4 Hex. So eine Prüfsumme macht man natürlich nicht. Die sind komplizierter. Aber beide Seiten berechnen diese Prüfsumme. Und der Empfänger guckt dann, ist meine ermittelte Prüfsumme die gleiche, wie die im Paket steht? Und wenn nicht, muss ich das Paket neu anfordern. Dafür ist die da. Und hier meint einer, was ist denn, wenn ich zwei Geräte mit gleicher MAC-Adresse habe? Was passiert denn da? Das können Sie ja mal ausprobieren. Patschen Sie einfach mal die MAC-Adresse von zwei Geräten so, dass sie gleich ist. Und dann gucken Sie mal, ob die Internetverbindung und sowas noch sauber funktioniert. Also in der Regel werden Sie irgendwann Probleme feststellen. Einfach weil die Pakete nicht mehr richtig geroutet werden in Ihrem Netz. Ja, die Prüfsumme kann überlaufen, weil das ist ja nur 32 Bit. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass zwei komplett grundverschiedene Sachen die gleiche Prüfsumme ergeben. Die Prüfsumme ist halt nur ein Indiz dafür, dass es fehlerhaft ist. Aber wenn Sie halt Pech haben, kann natürlich sein, dass die Prüfsumme für zwei komplett verschiedene Pakete den gleichen Wert hat. Das ist ja klar, es gibt ja nur 32 Bit. Das heißt, Sie haben viel weniger Kombinationen, als Sie Daten haben. So, und man kann natürlich ein Netzwerk auf verschiedene Arten aufbauen. Und dieser Aufbau nennt sich Topologie. Topologie hört man in verschiedenen Bereichen. Aber im Kontext von Netzen ist das die Art, wie Geräte miteinander vernetzt sind. Verbreitet sind so drei Topologien. Die erste ist die BAS-Topologie. Die ist ähnlich zu dem Datenbus von der von Neumann-Architektur, die wir in Forschung 4 hatten. Sie haben also so ein Kabel, was als Datenbus, was als Bus dient für die Netzwerkpakete. Und in diesem Bus gibt es Abzweigungen zu allen Netzwerkteilnehmern. Der Vorteil daran ist natürlich, dass es sich relativ leicht aufbauen, hat da auch viele Nachteile. Zum Beispiel jeder kann mithören. Und wenn das Kabel irgendwo kaputt ist, dann sind alle Geräte vom Netz getrennt. So eine Netzwerkbus-Topologie können Sie mit einem Hardware aufbauen, nennt sich Hub. Ein Hub, der sieht so hier aus, ist also von außen nicht unterscheidbar. Ein Hub macht einfach das. Das dupliziert alle Pakete, die es empfängt, an alle anderen Ports. Also wenn in Port 1 ein Datenpaket reinkommt, bekommen die Geräte an Port 2, 3 und 4 die Pakete zugestellt. Hat da den Nachteil, jeder bekommt alles. Und das müllte das Netzwerk auch extrem zu, wenn da tausende Pakete dann durchs Netz laufen, die halt nur ein bestimmter Empfänger möchte. Das ist ein Hub. Der ist optisch meist nicht von anderen Geräten zu unterscheiden. Die besser sind, das steht halt einfach drauf. Hier steht Ethernet-Hub drauf. Deswegen ist das ein Hub. Und das Ding verhält sich, auch wenn es nicht so aussieht, wie ein Bus. Ja stimmt, früher hat man diese Dinger für LAN-Partys genommen. Das hat dann irgendwann dafür gesorgt, wenn man dann irgendwie so 20 Leute da hatte, dass irgendwie plötzlich 2, 3 Leute irgendwie aus irgendeinem Grund kein Netzwerk mehr hatten oder sowas. Einfach weil das Netzwerk so zugemüllt war mit Datenpaketen durch den Hub-Spam. Dass halt manchmal einfach die Pakete nicht mehr ankamen. Wegen so vieler Kollisionen. Besser als ein Hub ist die Stern-Topologie. Dafür nutzt man Switches. Switches sind etwas cleverer Hubs. Komme ich gleich drauf. Bei der Stern-Topologie, das haben Sie zu Hause, Sie haben einen zentralen Knotenpunkt, zum Beispiel einen Access-Point. Und dann sind verschiedene Leute verbunden, zum Beispiel über Funk oder über LAN. Und das heißt, wenn der zentrale Punkt ausfällt, bricht das Netzwerk zusammen. Also hier gibt es so einen Single-Point-of-Failer, nennt sich das. Wenn der Knotenpunkt ausfällt, bei der Stern-Topologie ist das ganze Netz weg. Hier kann aber ein Kabel ausfallen. Wenn ein Kabel ausfällt, ist nur der eine Computer weg. Ja, also man könnte sagen, das ist einfach ein Signalverstärker hier. Sie machen halt ein Kabel rein, da kommt wieder ein Signal, wird verstärkt und weitergeschickt. An alle anderen Ports. Man könnte sagen, das ist so eine Art Repeater. Also das Signal wird einfach verstärkt und alle weitergeleitet. Das ist halt die billigste Lösung, um große Strecken zu überbrücken und viele Geräte anzuschließen. Besser ist aber ein Hub. Entschuldigung, besser ist ein Switch. Hier ist mal ein etwas fetterer Switch dargestellt, ein 50-Port-Ethernet-Switch. So ein Heimgeräte-Switch sieht in der Regel genauso aus wie ein Hub. Der einzige Unterschied ist, anstatt Ethernet-Hub steht dort Ethernet-Switch drauf. Und der kostet vermutlich einen Euro mehr oder sowas. Aber vom Aussehen her sind die normalerweise nicht zu unterscheiden. Ein Switch ist aber schlauer, denn der merkt sich, welche MAC-Adresse wo angeschlossen ist. Das heißt, der sendet nur dort das Paket weiter, was auch als MAC-Adresse den Empfänger hat. Das heißt, da gibt es eine MAC-Adresse, steht im Paket drin. Und der Switch hat sich gemerkt, an welchem Port dieses Gerät erreichbar ist. Und deswegen haben sie halt weniger zugemülltes Netzwerk, weil das Ding immer nur an einem Port weiterreicht. Ja, also so ein Switch. Also ich meine, ihr Router ist ja technisch bedingt auch ein Switch. Der macht ja auch die Datenzustellung über Routing. Also so ein Switch, der leitet nur Pakete weiter. Das heißt, der ist nicht wirklich ein... Ich meine, das ist schon ein Knotenpunkt, der es weiterleitet. Aber ich meine, es gibt natürlich auch verweitbare Switches, wo man angeben kann, was wie weitergeleitet wird. Aber ob die jetzt ein neues Netzwerk aufspannen oder nicht, ist natürlich Konfigurationssache. In der Regel reibt man diese Switche privat zumindest im Bridge-Mode. Das heißt, die sind einfach eine Netzwerkbrücke, die das Netzwerk vergrößern. So mache ich das zumindest. Wir haben mehrere Switches im Haus. Also was die Hochschule nutzt, kann ich leider nicht sagen für Switches. Ich meine, die Riesen-Xopper sind eigentlich immer irgendwelche Cisco-Switches. Und hier ist die Frage, warum ist denn der so tief, dieser Switch hier? Einfach, weil die Dinger, wenn sie 50 Ports haben und mehrere Gigabit übertragen, werden die halt einfach sehr heiß, weil das viel Rechenleistung braucht. Deswegen ist halt noch ein Kühlsystem und sowas drin. Das sind halt für Rechenzentren hier diese Dinger. Wir haben halt 50 Ports und die brauchen dann entsprechend Leistung und müssen gekühlt werden. Deswegen sind die so tief. Ich meine, ihr 4-Port-Router zu Hause wird ja schon ziemlich warm, wenn sie den mal anfassen. Und dann gibt es noch Ring-Topologie. Das ist, da haben sie so eine Durchseitung von Computer zu Computer. Das ist recht unüblich, würde ich sagen. Sie haben halt einen Netzwerkport rein, einen anderen Netzwerkport raus. Da haben sie dann so einen Ring. Und wenn einer der Knoten ausfällt, ist halt der komplette Ring futsch. Weil die Daten werden ja im Kreis geschickt. Beispiel so hier. Und wenn hier irgendwie was ausfällt, dann ist natürlich der Ring weg. Und in der Regel macht man so eine Redundanz. So ein übliches Routing ist so ein Mix so Ring und Stern. Das heißt, man hat so mehrere Knoten in Stern-Topologie und dort hat man dann mehrere Ringe. Das sind so drei Topologien. Die üblich sind Bus, Stern und Ring. Und noch eine Hardware ist ein sogenannter Repeater. Der verstärkt alle empfangenden Signale. Sie kennen vielleicht WLAN-Repeater. Die nutzt man, um den WLAN-Bereich zu vergrößern. Zum Beispiel. Und zwischen diesen Geräten kann es verschiedene Arten der Verbindung geben. Das nennt sich Verbindungsart. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ein bisschen aus der Mode gekommen ist die Leitungsvermittlung. Da wird direkt zwischen Sender und Empfänger eine Verbindung aufgebaut. Das ist zum Beispiel, wenn Sie ein Telefonat führen. Oder sich ins Internet einwählen mit einem Modem oder so. Also ich meine, das hat niemand mehr. Dieses piepende Ding, was sich halt via das Telefonnetz ins Internet einwählt. Das ist nicht mehr ganz Stand der Technik. Das gab es halt mal vor 20 Jahren vielleicht. Und der Kanal ist exklusiv. Das heißt, wenn zum Beispiel zu viele Telefonate gleichzeitig sind, dann kann niemand mehr telefonieren, weil die Ressourcen sind ausgelastet. Also jeder hat eine Leitung. Die einzelne Leitung ist begrenzt. Aber mittlerweile ist man ja von der Leitungsvermittlung auf Paketvermittlung übergegangen. Auch fürs Telefonieren. Das nennt sich dann Voice-over-IP. Also Sprache übers Internetprotokoll. Das ist dann Paketvermittlung. Das heißt, es erfolgt dann über solche Ethernet-Frames, wie ich es gerade erklärt habe. Das ist dann Paketvermittlung. Also ganz normal übers Netzwerk. Nach dem beschriebenen Standard. Das war jetzt erstmal Schicht 2. Also nochmal zu wiederholen. Also Schicht 1 ist das Übertragungsmedium, zum Beispiel Kabel oder Funk. Das ist für uns eher weniger interessant. Dann Schicht 2 ist hier, ist dann wie die Übertragung abläuft. Also zum Beispiel wie die Verkabelung ist und wie die Netzwerktopologie aufgebaut ist. Und das halt irgendwie sichergestellt wird, dass alle kommunizieren können, ohne sich gegenseitig zu stören. Das ist so die zweite Schicht. Die ist dafür zuständig. Jetzt kommt die dritte Schicht. Die enthält so die Nutzdaten. Also die enthält die Daten, die dann für die Übertragung, also den eigentlichen Inhalt der Übertragung darstellen. Das ist in Schicht 3 dargestellt. Ja, also in Schicht 3, da benötigt man eine strukturierte Adressierung, weil man muss auf jeden Fall den besten Pfad zum Empfänger finden. Das nennt sich Routing in der Fachsprache. Und die verbreiteten Protokolle dafür sind IPv4 und IPv6. So, IPv4 betrachte ich als so das Wichtigste aus der ganzen Veranstaltung heute. Also IPv4, ich habe direkt mal ein Anführungszeichen dahinter gemacht. Das ist so das Allerwichtigste. Und das werden wir auch nochmal im Praktikum dann in zwei Wochen, nächste Woche ist ja nicht, in zwei Wochen dann nochmal besprechen. IPv4 nennt sich Internetprotokoll Version 4. Ich muss sagen, ich glaube Version 1, 2, 3 gab es aber gar nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt irgendwie Version 4 und Version 6. Aber es gibt irgendwie keine 1, 2, 3 oder 5. Keine Ahnung. Heißt halt so. Also ist IPv4. Also das Problem ist ja, MAC-Adressen sind irgendwie zufällig. Also ich meine, es ist ja Hersteller plus eine Nummer. Aber man kann nicht wirklich von der MAC-Adresse auf die Position von dem Endgerät im Netzwerk schließen. Deswegen gibt es neben der MAC-Adresse noch eine zweite Information. Das ist die IP-Adresse. Diese kann beliebig vergeben werden. Also mit ein paar Einschränkungen, aber die kann auf jeden Fall beliebig konfiguriert werden. Ohne großes Getricks wie bei der MAC-Adresse. Und die ist 32 Bit, also 4 Byte lang. Die Schreibweise von diesen 4 Byte ist sowas hier. Zum Beispiel 141.55.192.190. Und da das hier 1 Byte ist pro Zahl, heißt das also, wenn Sie gerade CSI gucken und die beherren irgendeinen Hackerangriff ab, auf IP-Adresse 600.400.1.5. Das ist natürlich kompletter Unfug, weil eine 8-Bit-Zahl kann ja nur bis 255 gehen. Also hier macht es natürlich Sinn, dass das V4 vielleicht für 4 Byte steht. Aber das funktioniert dann bei IPv6 nicht mehr. Hier ist mal dargestellt, wie der IPv4-Header aufgebaut ist. Hier ist mal gezeigt, wie der IPv4-Header aufgebaut ist. Ich habe das mal ein Sternchen markiert, weil noch ein Header, wir haben ja schon Bitmap gehabt und Ton und so weiter. Und das Ding ist ja Big Endian, das verwirrt so viele Leute. Deswegen werde ich den mal nur theoretisch durchsprechen. Ah, der ist nichts Prüfungsrelevantes. Aber von der Art, wie der aufgebaut ist, ist es wie bei Bitmap-Dateien zum Beispiel. Nur die Beitreihenfolge ist halt Big Endian anstatt Little Endian. Und Sie sehen, der hat recht viele Sachen drin. Und was da so drin ist, werde ich mal erklären. Zum einen das Versionsfeld. Das Versionsfeld bedeutet, dort steht immer eine 4 drin. Das gibt an, das ist halt der Typ des Pakets, also IPv4. Ach nee, IHL ist Länge des IP-Headers, genau. TOS ist Type of Service, das ist veraltet, das nutzt man nicht mehr. Dann wird angegeben die Gesamtlänge des Pakets. TTL ist so Time to Live. Zum Beispiel, da steht so ein Wert drin von zum Beispiel 5. Und das heißt, das Ding darf über 5 Router springen. Und nach dem 5. Router kommt dann das Zielsystem, ist nicht erreichbar. Also das nutzt man so, um anzugeben, wie weit darf das Paket wandern, bevor es abgelehnt wird. Das kann ich sogar mal zeigen. Moment, ich wechsle mal kurz auf die Konsole. Ich mache jetzt mal Trace Route, nennt sich das. Ich mache mal Trace Route zu Google.de. Und was Sie jetzt hier sehen können, ist, der zeigt mir jetzt also an, was für Sprünge genommen wurden, um das Zielsystem zu erreichen. Sie sehen das Erste. Ja, hier können Sie sehen, das Erste ist halt dieser Hochschulrouter, dann dieser Hochschulrouter, dann etwas vom Deutschen Forschungsnetz. DFN, noch mal Deutsches Forschungsnetz, Deutsches Forschungsnetz. Und dann noch mal drei weitere und dann ist, dann noch mal vier weitere, das letzte ist vermutlich irgendwas in Frankfurt, wird das wohl heißen. Und dann ist das, dann ist Google.de erreicht. Es ist der Pfad durchs Internet, um Google.de zu erreichen, mit Trace Route. Gut, und mit Minus M kann man diesen TTL-Wert angeben. Ich sage mal, ich möchte nur fünf Hops haben. Und jetzt sagt er mir jetzt halt nur die ersten fünf Hops und dann gibt er auf. Das ist dieser TTL-Wert. Genau, hier fünf Sprünge maximal. Also diese Routerübergänge nennt man Hop. Genau, und dann gibt es noch Ping. Ping gibt die Latenz an. Zum Server, ich ping jetzt mal an Google.de und Sie sehen, die Latenz ist elf Millisekunden. Das heißt, mein Paket braucht elf Millisekunden, um bei Google.de-Server anzukommen. Das ist ein ganz anständiger Wert. Üblich sind so 60 Millisekunden. Und jetzt mache ich mal einen geringeren TTL-Wert, zum Beispiel von fünf. Also fünf Hops. Wir brauchen ja mehr, da kommt jetzt hier beim Ping. Also der fünfte Hop war ja der hier. Dieser Router hier. Und da der TTL-Wert fünf war, antworten wir jetzt dieser Router hier mit dem Fehlercode Lebenszeitüberschritten auf Deutsch. Auf Englisch ist das TTL-Exceeded oder so was. Oder Lifetime-Exceeded. Das ist halt der Fehler. Das Paket kam nicht an, weil der TTL-Wert war zu gering. Also der Ping-Wert wird natürlich einmal durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Das heißt, das untere Limit ist die Lichtgeschwindigkeit. Und dann haben Sie natürlich immer noch Latenzen für die Verarbeitung des Pakets in den Routern. Dann gibt es noch Protokoll. Protokoll ist für eine höhere Schicht. Machen wir später noch. Dann wieder eine Prüfsumme. Prüfsummen, hatte ich ja schon mal erzählt, wie die funktionieren. Da wird natürlich angegeben die Quell-IP-Adresse des Sendenden und die Empfänger-IP-Adresse. Was natürlich auch heißt, dass man den Absender fälschen kann. In dem Fall. Was am meisten nicht viel Sinn macht. Weil in der Regel muss der ja dort antworten, wer sendet. Das heißt, wenn man die Adresse fälscht, kommt es beim Fälschen an. Es ist das IPv4-Header. Den werden wir nicht mehr genauer betrachten. Ich habe jetzt nochmal die Fälle erklärt. Wir haben ja schon über viele andere Header gesprochen. Ich finde, das reicht aus. Interessanter ist denn, wie kann denn ein Router anhand dieses IPv4-Headers jetzt wissen, wo soll er das Paket hinschicken? Die Strategie dafür ist die folgende. Diese 32-Bit-IP-Adressen unterteilen sich in sogenannten Netzanteil und Hostanteil. Manchmal lesen die in dem Kontext auch die Begriffe Subnetzmaske oder Netzmaske. Und das werde ich auch nochmal im Praktikum dann in Ruhe erklären. Also wenn Sie mir jetzt hier nicht folgen können sollten, das machen wir auch nochmal im Praktikum in Ruhe. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Aber wenn man es nie macht, brauchen wir mal, um dahinter zu steigen. Auf jeden Fall, diese IP-Adressen werden in zwei Bereiche unterteilt. Netzanteil und Hostanteil. Und die Regel ist halt, wenn die Bits vom Netzanteil identisch sind, dann ist es ein Paket, was an eine IP-Adresse geht, das im gleichen Netzwerk ist. Und wenn der Netzanteil unterschiedlich ist, dann ist es ein externes Netzwerk, wo das Paket hin soll. Und der Hostanteil ist, kann man frei vergeben. Ja, und für so dieses Routing nutzt man sogenannte Router. Das heißt, Sie haben ja vorhin schon gesehen, ein Switch. Ein Switch arbeitet ja auf Layer 2. Also Layer 2 heißt ja hier, der arbeitet auf der Mac-Adresse. Und ein Router arbeitet auf Layer 3. Nimmt also die IP-Adresse. Wobei es gibt auch Layer 3-Switche. Also das, wie gesagt, ist mittlerweile nicht mehr sauber trennbar. Aber es ist halt unterscheidbar, ob man jetzt anhand der Mac-Adresse routet oder der IP-Adresse. Und das sind dann halt verschiedene Layer. Layer 2 oder Layer 3. Und meist haben die Router noch eine Firewall-Funktion, zumindest diese Heimrouter. Das heißt, Sie können keine eingehenden Verbindungen abbekommen. Was meistens sinnvoll ist, man möchte keine Verbindungen aus dem Internet haben. Also zumindest keine, die man selber nicht geöffnet hat. Ja, also so eine IP-Adresse hat ja 32-Bit. Und das heißt, der Adressraum ist 2 hoch 32. Das klingt ja erstmal ziemlich viel. Aber IPv4 ist eigentlich seit mindestens 10 Jahren aufgebraucht. Und das heißt, es gibt eigentlich gar keine IPv4-Adressen mehr. Und das heißt jetzt auch, also ich habe jetzt gelesen, so ein Hoster nennt sich Hetzner. Man bekommt ja auch immer, wenn man Server mietet, so IP-Adressen dazu. Die IP-Adressen sind mittlerweile wirklich teuer auf dem Markt. Also hier geht ja um wieder, der Markt regelt. Und das heißt, wenn die IP-Adressen knapp werden, diese Blöcke, die dort verkauft werden, dann kostet natürlich auch jeder IP-Blog mehr. Einfach, weil sich die ganzen Hostels um IP-Adressen schlagen, weil die werden immer knapper und jeder braucht halt eine IP-Adresse für die Kommunikation. Ja, und deswegen ist alles aufgebraucht. Und es gibt auch schon seit Jahrzehnten einen Nachfolger, der sich aber noch immer nicht durchgesetzt hat. Jedenfalls, die Hochschule nutzt, hat ein sogenanntes Klass-B-Netz. Ich meine, die Hochschule gibt es halt schon länger. Da wurden halt noch große Netzwerklöcke hinterhergeworfen. Die Hochschule hat ein Klass-B-Netz. Das heißt, jeder Computer an der Hochschule und auch wenn sie sich mit WLAN verbinden, bekommt eine öffentliche IP-Adresse. Die Hochschule hat den Bereich 141.55. Also der ist fest, wenn ich mal mir die IP-Adresse abfrage. Das geht unter Linux mit IP-Adress show. Da können Sie sehen, ich habe die IP-Adresse 141.55.230.187. Also der Bereich hier vorne ist fest. Das ist das Netz der Hochschule. Also diese Blöcke werden halt von einer zentralen Stelle vergeben. Also das ist 141.55. Und die hinteren 16-Bit sind innerhalb der Hochschule von den Administratoren beikonfigurierbar. Die können zum Beispiel noch unterschiedliche Teilnetze machen. Zum Beispiel kann man WLAN und ein normales Netzwerk noch voneinander abschirmen, damit die nicht miteinander kommunizieren können. Ist ja hier der Fall. Sie können von einem WLAN-Gerät aus nicht auf einen Computer hier verbinden. Und umgekehrt. Zumindest nicht ohne eine VPN dazwischen. Ein Fachbegriff, der hier noch gefallen ist, ist ja das Class-B-Netz. Class-B definiert die Unterscheidung zwischen Netzanteil und Hostanteil. Also hier ist ja der Netzanteil. Hatten wir ja hier Netzanteil, Hostanteil. Der Netzanteil sind also diese oberen 16-Bit hier. Und der Hostanteil sind die unteren 16-Bit. Das ist auch, was dieses Flash-16 hier angibt. Das heißt, die oberen 16-Bit sind für Host. Und die unteren 16-Bit, die noch übrig bleiben, sind fürs Netz. Ursprünglich hatte man so drei Klassen von Netzen. Klasse A, Klasse B, Klasse C. Man hatte aber gemerkt, die IP-Adressen werden knapp. Da hat man es dann noch weiter unterteilt. Aber im Prinzip gibt es drei Klassen. Klasse A heißt, sie haben 8-Bit-Netzanteil, 24-Bit-Host. Klasse B ist 16-16, wie bei der Hochschule. Und Klasse C ist, sie haben 24-Bit-Netz und 8-Bit-Host. Und das ist hier mal in dem Präfix ausgerechnet. Also sie können irgendwie zwei Millionen Netze aufspannen mit Klasse C. Und jedes Netz kann 254 Hosts haben. Das heißt, für größere Netzwerke ist so ein Klasse-C-Netz zu klein. Und wiederum 65.000 ist vermutlich schon wieder zu groß. Das heißt, sie haben hier eine Riesenverschwendung von IP-Adressen. Einfach, weil sie so viel Ausschuss haben. 254 ist zu wenig und 65.000 ist viel zu viel. Daher hat man sich noch was ausgedacht. Statt 8, 16 und 24 nimmt man noch die Zahlen dazwischen. Das nennt sich Classless Inter-Domain-Routing. Und dort führt man noch ein Suffix ein. Das ist dieses Lash 16 hier. Das Lash 16 hier gibt also an die Länge der Netzmaske. In dem Fall sind die ersten 16-Bit 1 und die restlichen 16-Bit 0. Und das wird halt unverknüpft. Und wenn dann die Netzmaske gleich ist, dann ist das gleiche Netz. Ich gehe noch mal kurz das hier zurück. Hier ist ja eine Slash 21. Das heißt, das Netz sind die oberen 21-Bit. Das heißt, die Hochschule hat noch ein 5, hat noch ihre Class-B-Netz weiter unterteilt. Und eigentlich wäre es ja ein Slash 16. Aber es ist ein Slash 21. Das heißt, intern gibt es da noch mal 5-Bit fürs Netz. Das heißt, es gibt intern noch mindestens bis zu 31 Unternetze, wo jeweils 11-Bit für die Host-Nummern übrig sind. Wie gesagt, sprechen wir im Praktikum noch mal in Ruhe. Dann wird das verständlicher. Dann mache ich noch ein paar Beispiele. Da können wir uns dann auch mal die ganzen IP-Adressen von den Rechnern anschauen. Und dann daraus noch irgendwelche Schlussfolgerungen machen. Jetzt noch die Frage, woher kommt es denn, dass die Latenz von der Hochschule höher ist, als wenn sie Google anpingen. Und das liegt daran, Google mietet sich halt in alle möglichen Rechenzentren ein, damit es halt möglichst schnell erreichbar ist. Macht auch Netflix und so weiter so oder YouTube. Das heißt, dass die Google-Seite ist in mehreren Rechenzentren gleichzeitig. Und die Route ist natürlich zu dem nahelächigsten Rechenzentrum. Und deshalb ist meist der Ping geringer, einfach weil die es an mehreren Stellen weltweit haben. Und bei der Hochschule muss das ja immer nach mit weiter gehen. Und meist dann über irgendeinen Knoten vom DFN, erst vom Chemnitz. Und dann vermutlich, was weiß ich, kommt das Routing an, vielleicht noch über Frankfurt. Das ist halt meist länger als Google, was halt vielleicht direkt in Frankfurt steht und nicht erst noch nach mit weiter dann wandern muss. Das ist eigentlich bei allen größeren Webseiten so. Das heißt, bei Bing werden sie das auch beobachten. Ich meine, wenn sie Windows haben, also ich habe ja hier zum Beispiel dieses Traceroute hier. Unter Windows heißt das Tresort. Da geben sie halt einfach mal eine Adresse ein. Also ich google.de, drücken Enter und dann wird ja die Route berechnet. Dann können sie dann sehen, wo das hingeht. Ich meine, wenn ich mal Traceroute Google.de mache, bei mir geht das landet halt bei Fra 16 S56. Genau, das landet bei mir bei Fra 16 S56 als Host. Wenn sie vielleicht mal Traceroute zu Google.de machen, also beziehungsweise Twesert unter Windows, dann kommt bei ihnen vielleicht ein anderer Zielhost am Ende raus. Können sie einfach mal ausprobieren, ob sie auch das gleiche erreichen. Ah ja, das heißt, wenn sie in Frankfurt wären, hätten sie vielleicht nur einen Ping von 5 oder 3. Einfach, ja, weil sie näher dran sind. Hier ist mal beispielhaft ein Heimnetzwerk aufgemalt. Dieses Heimnetzwerk besteht in unserem Fall mal aus einem WLAN-Router, der mit dem Internet verbunden ist, über den WAN-Port. Und Sie können sehen, es gibt ein Telefon mit einem Laptop. Die sind über WLAN angebunden. WLAN ist mal gestrichelt dargestellt. Und dann gibt es noch zwei feste Computer, die irgendwo stehen, die noch einen Switch dazwischen haben. Einfach, um das, ja, um so weniger Kabel verlegen zu müssen, ist halt noch ein Switch dazwischen, der die Pakete weiterleitet. Sie haben jetzt hier also vier Rechner im Netz und diesen Router. Der Switch selber hat halt keine Adresse, weil der arbeitet hier auf Layer 2. Also er hat nur eine MAC-Adresse. Das ist also hier nicht relevant bei der Betrachtung. Und hier können Sie auch sehen, dieses 192.168, was ja vorhin gefragt wurde. Also 192.168 ist ein reservierter Adressbereich für lokale Netzwerke. Da gibt es verschiedene reservierte Bereiche. Der eine ist 192.168. Der andere ist 10.000. Also 10.000 ist ein Class A, also Slash24-Netz. Das hier ist ein Class B-Netz, also Slash16. Und in der Regel werden die IP-Adressen aber automatisch vom Router vergeben. Üblich ist 192.168.1.1. Oder 0.1. Wenn Sie das aufrufen, in Ihrem Webbrowser kommt meistens das Konfigurationsinterface Ihres Internetrouters. Und die anderen IP-Adressen werden halt irgendwie meist willkürlich vergeben. Zum Beispiel der PC ist dann 10, der ist 11, das Telefon ist 12, der Laptop ist 13. Und alle diese Geräte brauchen ein paar Informationen. Zum einen die Subnetzmaske. Die Subnetzmaske ist ja dieses Slash. Es gibt ja an, wie viele 1-Bits gesetzt sind. Also die brauchen halt alle die gleiche Subnetzmaske, wir sind ja alle im gleichen Netz. Und der Gateway, der Gateway ist, der Router ist der erste Hop. Also der Router, der Gateway gibt an, wo das Paket zuerst hin muss, bevor es dann weitergeleitet wird. Das ist also meist Ihr WLAN-Router, das ist halt der erste Hop, nennt sich das. Das wird als Gateway bezeichnet. Hier erwähnt noch einer 127.001. Das ist die IP-Adresse namens Localhost. Mit dieser IP-Adresse sprechen Sie Ihren aktuellen Computer an. Weil Sie haben manchmal so Dienste laufen, wir haben einen eigenen Rechner. Dann geben Sie halt in den Browser ein, 127.001 und die Portnummer. Ja, was ist denn, wenn bei Traceroute Zeitüberschreitung der Anforderung steht, am Ende trotzdem Google unpingt? Und das bedeutet, es gibt natürlich auch Router, die weigern sich, ihre Namen zu offenbaren. Also die ignorieren dann einfach diese Ping-Pakete und antworten nicht. Das ist dann diese Zeitüberschreitung. Damit kann man halt geheim halten, welche Router dazwischen sind. Machen halt manche so. Manchmal kann es auch sein, dass das Datenpaket gar nicht ankommt. Wenn es dort Traceroute, dann endet es irgendwann mit einer endlosen Zeitüberschreitung. Das ist dann das gleiche Fall. Das ist dann halt der letzte Hop, sich weigert zu antworten. Weil man kann natürlich auch Ping-Pakete sich weigern zu antworten, weil es ist eine Diagnosefunktion. Und manche denken halt, es ist sicherer, wenn man die Diagnosepakete wegwirft. Dieses ganze IP-Adresse vergeben und so weiter haben Sie ja noch nie manuell gemacht. Zu Hause passiert das in der Regel über einen DHCP-Server. Oder auch in der Hochschule, wenn Sie sich mit WLAN verbinden. DHCP ist ein Verfahren, um dynamisch IP-Adressen zu vergeben. Da wird ein Paket geschickt, das nennt sich DHCP-Discover. Und dann antwortet DHCP-Server mit einem Offer mit der IP-Adresse drin. Hat noch so ein paar Implikationen. Das hatten Sie vielleicht auch mal auf irgendeiner LAN oder sowas. Wenn Sie zwei Router im Netz haben mit DHCP-Server, dann stören die sich gegenseitig. Also Sie haben so zwei Router, die IP-Adressen vergeben wollen. Und je nachdem, welches Paket zuerst bei Ihrem Gerät ankommt, was die IP-Adresse will, ist es halt mit dem Router verbunden oder dem anderen. Das heißt, zwei Server im gleichen Netz verursachen immer Chaos. Deswegen muss man eine zentrale Stelle geben, die die IP-Adressen vergibt. Und Sie merken irgendwie auch gerade, dieses ganze Routing und so wirkt relativ unsicher, weil es vertraut irgendwie darauf, dass man nichts Bösartiges im Netz hat. Ich meine, man kann die Absender MAC-Adresse fälschen, man kann die Absender IP-Adresse fälschen, man kann sich als falscher DHCP-Server ausgeben und so weiter. Man kann sie auch als Router ausgeben und dann halt alle Pakete zu sich durchleiten und so weiter. Also im Netz, das ist technisch ziemlich unsicher alles. Sowas wie MAC-Adresse spufen und so weiter, das können wir leider nicht im Praktikum machen. Das kann man höchstens mal experimentell in einem eigenen privaten Netz durchspielen. Aber da habe ich nicht genug Technik, die ich dafür nutzen könnte. So, noch ein Problem ist, so eine Heimverbindung, Sie haben ja meist nur eine öffentliche IP-Adresse. Also Sie können ja mal gehen auf www.wiestmeinip.de und diese Seite gibt Ihnen dann Ihre nach öffentlich, nach draußen reichende IP-Adresse zurück. Ich rufe das jetzt auch mal hier auf. Gut, meine ist ja schon bekannt. Ich meine, die intern ist ja gleich der öffentlichen Waldhochschule. Also das hier ist also jetzt meine öffentliche IP, die kennen wir ja schon. Und hier können Sie jetzt in der Regel zwei IP-Adressen sehen, einmal IPv4. Und wenn Ihr Anbieter nicht allzu steinaltmodisch ist, noch eine IPv6-Adresse. Über IPv6 reden wir gleich noch. Sie können ja schon mal schauen, ob Sie eine IPv6-Adresse haben. Das ist so die Zukunft. Und wenn Sie dort keine haben, da ist dann entweder Ihr Router zu alt oder Ihr Internetprovider ist Müll. Ich glaube, Vodafone hat noch immer kein IPv6 ausgerollt oder so. Und viele Kabelanbieter auch noch nicht. Aber bei der Telekom haben Sie auf jeden Fall eine IPv6-Adresse. Ja, also generell, IPv6 hat Sie dann noch nicht durchgesetzt. Da sprechen wir gleich drüber. Das werden Sie jetzt auch schon merken. Viele von Ihnen haben keine IPv6-Adresse. Und bei IPv4 gibt es ja immer nur eine Adresse für Privatnutzer. Das bedeutet also, Sie haben intern diese interne Adresse, 192-968-0016, wie es hier auch steht. Und dann nutzt man, so etwas nennt sich Network-Advest-Francilation. Und das heißt, Ihr Router merkt sich, welcher Rechner sich auf welche Website zum Beispiel verbunden hat. Und leitet dann die Antwort wieder korrekt zurück. Hat den Vorteil, er braucht nur eine IP-Adresse nach draußen. Spart halt IP-Adressen. Ja, wieso haben Sie selber IP? Das ist genau das hier. IPv4, Sie machen ja Network-Advest-Francilation. Das heißt, Sie haben von Ihrem Anbieter nur eine IP-Adresse bekommen. Diese öffentliche, und die wird von diesem Wiesmein-IP.de angezeigt. Wenn Sie IPv6 haben, probieren Sie doch mal, gehen Sie mit Ihrem Smartphone auf die Seite. Ach, Sie haben bei IPv6 die gleiche Adresse für beides. Das ist äußerst ungewöhnlich, muss ich sagen, weil man bekommt eigentlich bei IPv6 einzigartige Adressen. Eigentlich müssten Sie bei jedem Gerät da eine andere sehen. Weil, was es auch noch gibt, ist Carrier-Grade-NAT. Das hat man vor allem bei IPv4. Das heißt, da bekommen mehrere Privatnutzer die gleiche IP. Und der Provider macht großräumig NAT. Das haben Sie meist bei Mobilfunk. Der Vorteil ist, das spart IP-Adressen. Der Nachteil ist, da haben Sie dann irgendwie 100 Haushalte. Die haben die gleiche IP-Adresse. Und dann lösen die halt ständig sowas wie diese Bot-Erkennung bei Google aus. Das heißt, Sie müssen ständig Captures zum Beispiel lösen. Oder bekommen andere Probleme. Einfach, weil halt die IP-Adresse zu oft vorkommt. Und es hat noch einen Nachteil, wenn Sie irgendwelche Dienste zu Hause betreiben, auf die man sich verbinden kann. Dafür braucht man natürlich eine öffentliche IP-Adresse. Daher ist NAT in vielen Fällen schlecht. Und IPv6 löst das halt zum Beispiel. Ist die IPv6-Adresse nach draußen? Die variiert wirklich nach Endgerät eigentlich. Weil die wird ja pro... Weil die ganzen Anbieter geben ja einen Adressblock raus bei IPv6. Wir reden gleich über IPv6. Deswegen bekommt dann auch jedes Endgerät eigentlich eine eigene IPv6-Adresse. Aber jetzt muss ich das so ansprechen. Ich glaube, ich muss das mal heute Abend zu Hause auch mal ausprobieren. Ja, wir machen jetzt mal noch IPv6. Und schaffen eventuell noch die Schicht 4. Und dann ist die Zeit ja eh schon rum. Erstmal IPv6. IPv6 ist der moderne, wenn wir uns noch so nennen kann, Nachfolger. Das gibt es seit 1998. Schauen Sie mal, 1998. Wir sind jetzt 2021. Und noch immer hat nicht jeder von uns eine IPv6-Adresse. Ist das übliche Problem? Warum etwas ändern oder Geld investieren, wenn IPv4 auch noch funktioniert? Also sieht man ja überall dieses Problem. Man lässt es so lange vor sich rumgammeln, bis man halt massiv Geld investieren muss, um es irgendwie noch zu retten. Hat man in fast allen Bereichen. Nicht nur bei irgendwas mit Informationstechnik, sondern überall. Und IPv4 ist ja schon seit über 10 Jahren viel zu wenig. Und deswegen, wenn man ja auf IPv6 umstellen, das sind 16 Byte pro IP-Adresse. Das heißt, Sie haben 128 Bit. Das ist also eine unvorstellbar große Zahl. Sie haben 3,4 mal 10 hoch 38 Möglichkeiten. Das heißt, würden Sie auf der ganzen Erde IP-Adressen vergeben, könnten Sie pro Quadratmeter 6,6 mal 10 hoch 23 IP-Adressen vergeben. Also das heißt immer so, man könne damit jedes Sandkorn adressieren. Das heißt, IPv6 128 Bit. Eine Riesenzahl löst alle Probleme mit der Adressierung. Das heißt auch, man kann total verschwenderisch sein damit, weil die Zahl so groß, die kriegt man erstmal nicht aufgebraucht. Die Schreibweise ist dafür aber auch irgendwie unschöner. Deswegen reden wir auch nur über IPv4 im Praktikum. Erstmal, das wird jetzt in 16-Bit-Gruppen gemacht. Das sind die also vier Hexziffern pro Gruppe. Und es wird Doppelpunkt getrennt. Also viel schlechter lesbar als IPv4. Und etwas kompakter, wenn halt in einem Block viermal die Null ist, kann man das mit zwei Doppelpunkten abkürzen. Ja, und hier ist mal das Beispiel, Sie sehen, das ist ein Riesending. Das sind 128 Bit. Bleibt man halt so etwas länger als eine IPv4-Adresse. Deswegen ist IPv4 einfach anscheulicher. Der Header wurde etwas vereinfacht. Inhaltlich ist der aber noch fast gleich. Sie haben die Art des Netzwerkverkehrs. Low-Label berechnet die Route vor. Das macht das Routing schneller. Dann Länge der Daten. Hop-Limit ist wie dieses Time-to-Live. Und natürlich Quelle und Ziel sind jetzt 16-Bit statt 4-Bit. Und es gibt keine Prüfsumme mehr, weil die Prüfsumme muss halt immer neu berechnet werden. Das Ineffizient hat man sie einfach weggelassen, weil die Zeitung sind mittlerweile so gut, dass in der Regel die Prüfsumme nicht notwendig ist. Und die Protokolle können selber noch Prüfsummen aushandeln. Deswegen hat man die weggelassen. Hat also aus den Fehlern gelernt und einfach mal ein bisschen einfacher gemacht. So, wie ist der aktuelle Stand? Also erstmal die zwei Protokolle sind natürlich grundlegend verschieden und inkompatibel. Aber mittlerweile können viele Geräte sowohl IPv4 als auch IPv6, ich meine, das sollte man nach 30 Jahren vielleicht erwarten. Aber einige internen Anbieter vergeben noch immer keine IPv6-Adressen. Was man mal machen kann ist, man kann ja mal schauen, also Google und Facebook geben immer so regelmäßig Statistiken raus, wie viel IPv6-Datenverkehr die abbekommen. So, also das ist die IPv6-Seite von Google. Und Sie können hier sehen, das sammelt halt seit März 2013. Das ist der Prozent an Datenverkehr, der so IPv6 ist. Und Sie können sehen, der Datenverkehr momentan bekommt Google täglich so 35% des Datenverkehrs IPv6. Das heißt also, die Durchsetzung von IPv6 zu IPv4 ist wirklich lächerlich schlecht. Noch immer 66% aller Verbindungen zu Google sind IPv4-Verbindungen. Wenn man bedenkt, dass IPv4 seit 10 Jahren aufgebraucht ist, ist das halt wirklich schwach. Und natürlich kann man noch sehen, wie das nach Land aufgeteilt ist. Das ist das hier. Je dunkler das Grün, desto besser. Sie können zum Beispiel sehen, Indien hat anscheinend IPv6 sehr sauber ausgerollt. Also 63% vom IPv6-Verkehr in Indien ist, also 63% vom Verkehr zu Google ist IPv6. In Deutschland sind es 52%. USA zum Beispiel 45%. Zum Beispiel China hat IPv6 1,7%. Was schon kurios ist, wir haben bedenkt, dass sie ja ein paar Milliarden Einwohner haben. Ja, und so kann man halt sehen, IPv6 setzt sich halt wirklich schlecht durch. Ist halt in ein paar westlichen Ländern und Indien, aber ansonsten halt noch nicht so wirklich. Na gut, und Japan. Aber ansonsten noch recht wenig verbreitet. Das ist die Statistik laut Google. Ich denke mal, die ist recht genau, weil irgendeine Google-Seite nutzt ja jeder. So, und hier ist mal zum Vergleich noch Facebook. Die kommen halt auf, ja, 33%. Ist also etwa das, was auch Google sagt. Und hier ist nochmal nach Land. Diesmal, falls er zu Facebook geht. Okay, da zeigen die aber nicht direkt. Oh Gott, ist die Seite langsam jetzt. Also man kann es noch nach Land aufschlüsseln. Also die Seite, die ist so unglaublich langsam, die kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Da fängt der ganze Stream an zu ruckeln. Keine Ahnung, was Facebook wieder verbockt hat. Die Seite ist mega langsam. Sie sehen, IPv6 hat sich noch immer nicht durchgesetzt. Sehr ärgerlich. Und das macht halt viele Probleme. So, zum Abschluss rede ich jetzt noch schnell über die Transportschicht. Da gibt es nicht so viel zu sagen. Und dann sind wir für heute fertig. Das heißt, wir machen die Schichten 5, 6 und 7 dann nächste Woche. Ja, stimmt. Ja, Sie haben recht. Ja, China wird ja... Genau, Google ist ja in China gesperrt. Und dann gibt es natürlich dort auch keinen Datenverkehr von dort. Das ist ein valider Einwand. Ja, daran wird es vermutlich liegen. Aber selbst wenn ich mal bei Facebook gucke. Facebook, weil die vermutlich auch gesperrt sind. Weil ich meine, niemand nutzt Facebook in China. Die nutzen ja... Die haben ja einen eigenen Dienst. Die haben ja Baidu und alles. Deswegen nutzen da eh kaum Leute Facebook. Dort wäre es 8%. Aber naja. TikTok ist noch ein guter Einwand. Da schaue ich mal bis nächste Woche, ob ich noch andere Statistiken finde. Stimmt, TikTok ist ja sehr verbreitet. Warum auch immer TikTok ist so ein Müll. Jedenfalls Schicht 4. Transportschicht. In der Transportschicht gibt es zwei Arten von Verbindungen. Einmal verbindungsorientiert und verbindungslos. Verbindungsorientiert heißt, die Verbindung muss erst aufgebaut werden. Das heißt, es gibt Sender und Empfänger. Das heißt, Sie haben eine Sender-IP-Adresse und Empfänger-IP-Adresse. Und Sie bauen erstmal eine Verbindung zueinander auf. Hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel die Reihenfolge der Pakete ist gesichert. Und Sie erkennen zum Beispiel fehlende Segmente. Und das übliche Protokoll dafür nennt sich TCP. Man handelt also erstmal die Verbindung auf. So mit einem Ping-Pong mit Paketen. Dann werden Daten übertragen. Und wenn man dann fertig ist, wird die Verbindung mit einem weiteren Paket abgebaut. Das ist verbindungsorientiert. Hat den Vorteil, es ist zuverlässig. Man kann verschlüsseln. Gut, es geht auch mit UDP. Aber es braucht recht viele Ressourcen. Man muss sich halt merken, mit wem man verbunden ist. Und immer einen Kanal offen halten. Die Alternative ist verbindungslos. Verbindungslos, das heißt, nur das Ziel ist bekannt. Und UDP kann man halt meist nutzen. Das nutzt man auch meistens für DDoS. Also Attacken, um hier so Rechneralarm zu legen. Das nennt halt jemand Pakete mit gefälschter Absenderadresse mit UDP los. Und dann sieht sich halt der Zielrechner gezwungen, bei dem Rechner mit der gefälschten IP-Adresse zu antworten. Und so kann man halt so indirekt halt Datenverkehr erzeugen, weil man es halt sehr viel macht. Werden halt Rechneralarm gelegt, weil das Netzwerk überlastet ist. Das UDP ist verbindungslos. Das heißt, sie senden die Pakete einfach los. Und ob die ankommen oder nicht, ist erstmal ein anderes Thema. Das nutzt man für Sachen, wo Paketverlust akzeptabel ist. Zum Beispiel bei Voice-Over-IP oder bei Online-Spielen. Wenn da mal ein, zwei Pakete verloren gehen, ist komplett irrelevant. Und deshalb macht man das meist dann für Echtzeitanwendungen, wo es egal ist, wenn ein Paket weg ist. Bei so Downloads ist es halt schlecht, wenn Pakete verloren gehen. Aber ich meine, wenn bei einem Online-Spieler ein Paket weg ist, kommt dann irgendwann das nächste. Dann passt das ja. Und die Reihenfolge der Pakete, wie die ankommen, das muss das Programm irgendwie über das Protokoll verwalten. Ja, also DDoS, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Also DDoS, um das noch kurz zu erklären, das ist Distributed Daniel of Service. Also Daniel of Service bedeutet, da versucht man halt, ein anderes System lahmzulegen. In der Regel passiert das dadurch, dass man halt sehr viele Computer hat. Und die versuchen sich dann alle gleichzeitig zu dem Zielsystem zu verbinden. Und dann verursacht man so viel Last bei dem Zielsystem, dass es keine weiteren Verbindungen mehr annehmen kann und ist dann eigentlich nicht mehr erreichbar. Und eine Möglichkeit dafür ist halt, UDP zu nehmen, weil man dort ja den Absender fälschen kann. Das heißt, da schickt man einfach zu irgendwelchen Servern, die nicht ordentlich konfiguriert sind, irgendwie ein UDP-Paket hin. Und als Absender gibt man die IP des Rechners an, den man angreifen möchte. Und wenn man genug schlecht konfiguriert Rechner gefunden hat, wo man ein UDP-Paket hinschicken kann, dann antworten die alle auf das System, was sie angreifen möchten und legen das System halt lahm, weil sie massiv Traffic damit erzeugen. Da gab es halt schon so Beispiele, da wurden dann damit teilweise so Angriffe mit so 10 Gigabit pro Sekunde oder irgendwas erzeugt, nur mit diesem Verfahren. Das heißt, das ist ein reales Problem. Damit sind wir ja jetzt schon zeitlich irgendwie durch. Machen wir mal für heute Schluss. Das heißt, Layer 5, 6 und 7 kommen beim nächsten Mal. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit. Haben Sie noch irgendwelche abschließenden Fragen? So, hier ist jetzt nochmal die Frage. Können Sie nochmal schnell den Unterschied zwischen IPv4 und einer IP-Aktie haben? Sie meinen vermutlich zwischen IPv4 und IPv6. Also IP ist kurz für Internetprotokoll. Da gibt es halt verschiedene Varianten. Zum einen gibt es IPv4. Also eine IPv4-Adresse ist halt 4 Byte groß. Das ist so das alte Format für IP-Adressen. Und mit einer IP-Adresse kann man halt Computer adressieren. Das heißt, die vorderen Bit geben an, was es für ein Computer ist, in welchem Netz der ist. Und das hinten gibt die Nummer des Computers an. Ja genau, IPv4 ist Version 4 vom Internetprotokoll. Das ist also diese 4 Byte-Adresse. Das ist IPv4. Und IPv6. So war es. Das hier ist halt auch so genau das gleiche, nur halt 16 Byte groß. Also IPv4 und IPv6 ist technisch eigentlich das gleiche. Nur das eine ist 4 Byte groß, das andere 16 Byte. Ja, dann schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ja, dann schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank.